Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die PDSW und wie ich damit 44 Kills in einer Shika Island Solo-Runde gemacht habe. Ich habe die PDSW zusammen mit der Kastoff 762 gespielt, super geile Waffenkombi, loadout CD jetzt onscreen. Die PDSW ist nicht nur als Ground-Loot schon wirklich richtig, richtig geil, sondern wenn man sie als loadout baut, als ein Movement-Build, also mit ein bisschen Movement-Speed noch dazu, ist die Waffe wirklich super krank. Geiles Ironside mit der richtigen Schiene, super viel Damage, Movement sowieso, wirklich geile Waffe, unbedingt ausprobieren. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie sie euch gefallen hat. Lasst außerdem noch gerne ein Like und Kommentar für den Algorithmus da, würde mich sehr freuen und unterstützen. Lasst wieder versuchen, die 200 Likes zu knacken, würde mich sehr freuen. Außerdem lasst gerne noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ich bin täglich ab 13 Uhr auf Twitch Live, gerne vorbeischauen, viel Spaß. Hallo Gisel, wieso hast du mit Saturo telefoniert? Was war denn da los? Was ist denn hier los? Ein paar schnelle Seiten beim Friseur, wieder Winkobab, oh baby. 6 Millimeter meinte, was 6 Millimeter. 6 Millimeter ist Meter. Warte. 6 Mili. Meter. Meter. Geil wie ein Akzent hat der, ja, ja, wichtig. Ich verstehe, hätte ich nicht besser sagen können, tatsächlich, ich unterschreibe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Warte, ein Gigabot Lobby. Das ist wirklich Gigabot Lobby. Also das ist ja mal eine richtig geile Warm-Up Lobby, würde ich sagen. Mein Sarawas, ja, tue ich. Of course, man, ist ja anders nicht aushaltbar. Oha. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hallo. Das hört nicht auf. Ich kann't catch your fucking break, man. Ich habe gestern den Bond gemacht. Chat, ich habe gestern CSGO gespielt. Gestern nach dem Stream, relativ zeitnah nach dem Stream habe ich CSGO gespielt. Und ich bin wirklich so fucking shit geworden. Es ist ganz schlimm. Es ist wirklich so krass. Ich habe 0 zu 8 sogar gespielt, nicht mal 0 zu 7. 0 zu 8 gespielt. Also das war, das war krank. Ich kann nicht die Range wieder öffnen. Okay, kurze Konzentrationen können wir die 40 nur machen. Kurze Konzentrationen können wir die 40 nur machen. Mal schauen. oh Nein, 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 nein. Holy shit. What is happening? Wir sind auf 42, hallo? First game of the day, by the way. Erste Spiel heute. Besser wird's nicht wirklich mal raus nach der Runde. Das war's für heute. Gönner-Lobby, aber wirklich komplette Gönner-Lobby. Also kann man sagen, was man will. Das ist wirklich ein absoluter Riesen-Bot-Lobby. Ah, da war nur noch der eine. Es war Anzeigefehler wieder. Es war nur noch der eine. Let's go, GG's. Da war nur noch der eine. Ein komplette Anzeigefehler. Nehmen wir mal mit. Guter Bug, ich versteh's auch nicht. Das ist so komisch. Das ist so, so komisch. Mann, kriegst du das Einhorn, was geht? Ganz gute Runde, warum keine 50? Weil ich washed up und ass bin, leider. Weil ich washed up und ass bin. Deswegen keine 50. Was haben wir gemacht überhaupt? 44, let's fucking go. Kracher-Chat. Oh, 44 nehmen wir ja sowas von mit. mal kurz. Das ist so, auch von so. Bis zum nächsten Mal.